Ich bin die Michelle Maldonado, bin 23 Jahre alt, tanze seit meinem sechsten Lebensjahr und habe zweimal in der Jugendsitzung getanzt, bei WBNM losgelassen und zweimal bei Fassbettfragen. Was hat den Tanz so besonders gemacht? Ich glaube auch die Overtüre am Anfang, dieses Riverflows in You, dieses Anfangsmusikstück, das war schon sehr gefühlsvoll vielleicht. Und ich glaube, ich habe den Tanz auch einfach nochmal anders rübergebracht, als die Jahre zuvor. Ich war älter und habe das Ganze auch anders gefühlt. Ja, ich glaube, je älter man ist, umso mehr Herzblut ist man dabei und umso mehr versteht man, was man gerade macht und was das gerade für eine Herausforderung ist, vor so viel im Publikum zu tanzen und fühlt sich natürlich noch mehr geehrt und das gibt nochmal mehr Anju. Man hat natürlich immer seine Idole im Fernsehen angeguckt und dann war es schon toll, dass man da eingeladen war. Und so ein großer Traum ist dann natürlich auch in Erfüllung gegangen, weil man arbeitet dann natürlich auch darauf hin, dass man dann irgendwann dort tanzen darf. Weil partout! Und nach der может. Wie schon? K grandos NICHT! 월emen in Erfüllung. everoring. Vielen Dank.